nach 30 schaden die Waffe dies gut und mal kurz mit Schillen jetzt hier muss ich hätte auch bis ins Treffern halt mit der Waffe nun warten wir mal kurz hier an der Ecke und der Führerkaner wenn der Humor ist sie euch durch den Wert mehr ich finde ich springen ja von hinten drüber wo ist der denn den Wienkirch da hinten das muss jetzt schon werden 20 toll wie soll ich jetzt nachgeladen was wir noch eh gedrückt kritisch großvogel schnapp ihn dir ich meine vogel einsetzt als er kein Gegner war der fliegt mir einfach die ganze Zeit rum und irgendwann zurück das waren keine Arten nein das waren auch keine Arten egal ich hab gekritte wie Sau ich bin runtergefallen oh da waren welche von hinten oder was nichts was denn rette mich mal bitte rette mich mal bitte nichts zu dauern ok ok jetzt in your face ist wie killsteater ich hab keine Kräne hatten mehr und ich bin nur untergefallen was soll jetzt mehr schaden oh fuck ich bin gestorben ich komme zu viele funktionen alter ich meine dass andere kommen was gibt xp wie cool wo was denn geilen meshing gander schnappst du dir tippe headshot jetzt so Misty also headshot nummer 1 und headshot nummer 2 wieso lebt der noch ich hab mit der hat noch 1 hp oder sowas nein was ich will jetzt mein kill du sag level ab ich auch wollte ihn trotzdem töten den Riffle ich kenne es nur zu hören es Bonschreder ja das ist ein SMG kannst du den vorbohrschienen nein aus dem hast du die Waffen das ist ein Maschinengewehr ach ich bin erlaubt oh das Maschinengewehr hier ist jetzt auch hier müssen wir jetzt alles Dings die GIST druckt money 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 ach cool okay um sie wird anziehen und ich muss kurz gefunden und durch mit nach den Menschen gern hier und es geht nicht nicht es geht nicht statt kann oder was du hast her so auch cool ist um ein feindtöten steigert eine Feierrad und für mir den Rückstoß für ein paar Sekunden und ich springe jetzt über die Mauer und greife mich an also kommst du bitte ach ach so nicht das sind wohl nicht Opfer ich gebe schon mal die Quests ab mach das ich komm jetzt auch catch a ride du kannst nicht singen ich weiß ich auch nicht aber egal die sagen das doch immer hier ich schnapp dir einen Gefährten catch a ride hä so ich möchte den Hügel überspringen ok ok ich hab da übelst niedrige Farbe rot schwarz blau ich hab schon mal gemacht ich hab einfach gemacht du Sack der macht neues warte mal wir können ja beide eins nehmen nein das ist schwul ok dann ok dann was du musst du erfahren oder ach nee du musst da da rüberspringen ja den Torhebel finden und schau und schau auch schau und und schau schau ich schau ich schau ich denke ich ich erneut und müssen jetzt nur noch mit dem und reden Ich kille nicht mit einem Schuss, das ist scheiße. Das ist ja weiterballern, ich will schon mal die Items. Und mach die Quest. Das ist ein epischer Gegenstand. Ich weiß, und der ist mir. Das war's von der Waffe. Gegner! Ausgewachsenes Gag, boah. Was? So. Ich hab was für mich. Ja, aber da oben sind Items, also musst du mal kurz warten. Schmiedernleihwürfe aufgehoben. Hier ist nix. Doch, hier. Ja, aber hier oben. Tolle Munition, die kein Schwein braucht. Was denn? SMG Munition. Achso. Schmiedernleihwürfe aufgehoben. Und Schmiedernleihwürfe aufgehoben. Und Schmiedernleihwürfe aufgehoben. Ähm. Doktor ist erdrehen. Wo müssen wir hin? Nach da. Ja. Oh, falsche Richtung. Ja. Ja. Oh, fail. Bist echt schlechten Fahren. Ach. Oh. So. Im schwarzen Bretzen wieder Quests. Yay. Wahrscheinlich Road-Kill-Ding. Ja. Blutige Reifen. Ja. Die ganzen Quests sind chillt. Ich rede mal mit dem. Speichert like Upgrade. Yay. Ins Lash treffen. Da ist ein Sniper am Ungebot. Die scheiße ist. Was haben wir denn alles? Hier. Ich hab Sinners getroffen. Straßenkills. Oh, wie geil. Ich hab die Teleportgranaten. Schockkristaller. Was? Ich hab Teleportgranaten. Was machen die eigentlich genau? Die teleportieren sich zum Gegner und explodieren. Einfach zu irgendjemandem? Oder musst du schon in die Richtung werfen? Du musst natürlich in die Richtung werfen. Glaub ich. Ach so. Ich hab schon bekommen. Speichert like Upgrade. Repeat. Mach ich das so. Mach das so. Das ist da. Das ist da. So. Ach so. Ich hab kein Leben. Gerade fällt mir auf. Aber du kannst schon immer. Nein. Ich mach's anders. Er hat's missbraucht. Ja. Wir müssen ihn töten. Sorry aber ich muss jetzt erstmal ein Fahrzeug mit einer schönen Farbe machen. Ich nehm mal schwarz. Was? Was? Was wollen die alle hier ey? Das ist doch nicht wahr. Die sollen sich verziehen. Leute jetzt hab ich zwei gemacht. Ich hab die heute gar nicht immer noch ausprobiert. Mach ich jetzt. Hui. Hey. Oh. Oh. Catch a ride. Das ist rot gemacht. Ja. Rot gemacht. Okay ich catch a ride. Das hier ist auch rot gewesen. So streckst du von mir. Rot ist doch standardmäßig. Nein. Ich hab zwei gemacht auszusehen. Ich muss übrigens überfahren ne. Also stimmt ja. Ich bin nicht so wie du. Jetzt. Haha. Find ich auch vorsichtig. Ich will auch noch nicht sein wie du. Jeder will so sein wie ich. Nein. Aber da oben ist so ein komisches Ding. Das muss ich auch noch abholen. Bin ich erst. Die Tagebuch-Einteilung. Ops. Ops. Wie wechselt man nochmal? Auf. Strick. C oder? Strick. Strick. Steuern. Ja. Strick. So. Jetzt müssen wir noch mit dem reden. Jetzt müssen wir noch mit dem Homo hier reden. Genau mach das noch. Geffen mit Schepp. Hallo mein Freund. Ich bin Schepp Schepp. äh Schenders. Senders. Meintor Schlüssel. Machen ab. Meckstöten anschließend zu Schepp Senders. Mach mal verstecktes Tagebuch. Arib Badlands. Ähm. Verstecktes Tagebuch. Machen jetzt alles oder wie? Machen jetzt alles oder wie? Machen wir jetzt alles. Machen ja das ist nicht schwer, da müssen wir einfach nur ein bisschen rumfahren. Ja, schon klar. Dann verlos ich. Schon da so lang was. Alter, ganz ehrlich. Nicht während wir telefonieren. Was denn? Hä? Du weißt schon was ich mir mache. Was meinst du denn? Kelso? Jetzt haben wir alle, jetzt kann ich wieder schießen. Wow. Ich find's so lustig, wenn man schießt, dann verzieht sich der Berg so. Ja. Voll cool. Ach, komm schon durch jetzt. Nicht weg aus. Aber ich auch. Und die Sonnenzwein. Mann.